Ich möchte jetzt eine kleine Vorrichtung zeigen, die ich für mein Kurbusspielwerk erfunden habe, damit der Lochstreifen nicht immer vom Wind verweht wird oder von mir niedergetreten werden kann. Man legt die Rolle mit dem Lochstreifen hier in diesen kleinen Behälter ein, damit er es oben geschützt. Dann, wie gewohnt, wird das in das Kurbusspielwerk eingeführt, gekurbelt und dann fällt der Streifen in diesen Kasten. Wird aufgefangen. Ich öffne ihn jetzt einmal, damit man sieht, wie das innen funktioniert. Hier. Der Streifen rollt ganz natürlich ein. Macht dann unter anderem so kleine Wellen, aber es bleibt alles im Kasten drinnen. Den kann man zumachen, kann den Streifen abspielen. Und wenn die Musik zu Ende ist, kann man den Kasten öffnen und den Streifen herausnehmen. Abschließend möchte ich noch zeigen, das Ganze kann ganz leicht demontiert werden. Das ist nur mit einem Klettverschluss befestigt und hier öffne ich diesen kleinen Riegel und kann den Kasten weggeben. So ist die Bühne auch wieder für den Transport bereit. Und dance, damit Sie noch mit ein AW��, einen analen Suchfisch befestigt werden können. Dunkel,だ surrendered. Prof.